Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Mein Kopfhörer sitzt nicht richtig. So, ist besser. Und, ja, wir haben uns um die Servos Aktivitäten auf Tushanka gekümmert. Wir sollten alle Spezies aufsuchen, die sich zurückgelehnt haben, während wir bluten mussten und es in der Halbzeit. Ähm, so, äh, bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe also daher genau das andere jetzt bei auf tushanka da waren ja zwei orte an diesem planeten so die thurianischen überlebenden exfiltrieren dazu nehmen wir natürlich ein thurianer mit und ich denke mir mal wie in dem james mit so da ist irgendwas neu alter macht ihr viel schaden aber was ist darin schlechter punkte sind die vorherigen wert okay gewicht ist so genau was bedeutet kapazität war höher ja feuergeschwindigkeit ist aber bei einer pistole eigentlich unwichtig der schaden ist halt extrem viel höher das ding ist halt wer hat sie im 3-projekt hat gekauft aber der schaden ist halt beträchtlich ich nehme die wir haben das geld hallo wir sind speck da so ich habe acht punkte wo habe ich die denn er so vor sich 20 prozent schaden pro sekunde der luft nö dann machen wir das er hört sich hinter ach verdammt diese absturzstelle ist ein atom die versuchen sie durch den entwicklung zu erreichen ja gut für einen thurianischen commander ist das nun ihr kodex ist alles andere als nachsichtig und dass es sein sohn ist wird ein schlechtes licht auf den primarchen wetterwirtschaft kann böse folgen haben seltsam ist nur der primarch weiß das commander ich muss in einiger entfernung von der eigentlichen absturzstelle landen und besser geht's nicht nein sir aber die reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben das überraschungsmoment ist nicht verloren also gut bringen sie uns runter retten wir den zug die haben sie wird entwickelt es erreicht stellen sie durch hier ist commander shepherd allianz navy hören sie mich wir wurden von reaper heuschrecken in die enge getrieben und allein schwere verluste außerdem sind einige meiner männer an der abschlussflugbahn verstreut lieutenant schießen sie eine leuchtrakete ab damit wir sie finden gut die lage wird jede minute schlimmer meine männer sterben hört sich übel an ok los geht's ok dann probieren wir mal wie die neue pistole so ist es sind nur 24 schüsse gedanken dazu sie sind der thorianer sagen sie sonst fragen sie mich nicht da sind nur 24 schüsse drin ich glaube ich werde die waffe nämlich wieder wechseln wow damit sie keine verstärkung rufen können am gottes willen ne 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 da brauchen wir echt die andere pistole das geht ja so gar nicht so unsere ersten verluste absturz überlebt und dann von einer heuschrecke ausgeschaltet hören sie das wurden sie gebrochen ich habe sichtkontakt zum feind und direkt dahinter liegt eine rettungskapsel die thorianer stecken ganz schön in der klemme der feind weiß nicht dass wir da sind überraschungsmoment auf unserer seite gefällt mir genau also los gut aber was bringt uns das nein ich will hier hin wissen die dass wir da sind ok los ich glaube das war es mit dem überraschungsmoment ok perfekt oh 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 nein sie nimmt gleich uns unter beschuss na wunderbar hm wow 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 na wunderbar ich dachte ich könnte nicht getroffen werden das war mein eigener fehler nicht kontakt zum feind naja das hatten wir ja schon mal hallo ich meine das ist ja das schöne das zu explodieren aber was 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 ach ja die heuschrecke wieder so da können wir ein paar sprengsätze sind sitzen bevor sie auf uns los geht wo geht sie hin danke halten sie wegen uns nicht an wir marschieren zur hauptabsturz stelle da vorne ist noch eine kapsel luha sehr gut niemand wird zurückgelassen so ein traum weitergehen wir müssen so schnell wie möglich die hauptabsturz stelle finden das ist wahr eine feistern als sohn von adrian victis muss man enormen erwartungen gerecht werden im militär von palavan ist das ein großer name man sagt als victis hat man den krieg im blut so funktioniert es aber nicht immer man muss sich selbst einen namen machen hm hm war er hätte auch die leiter nehmen können was haben wir hier medikit achso mhm 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 sieht aus als hätten wir das überraschungsgebiet alle mir nach schön wieder ja nein haben wir nicht wen hey pistole kann man halt echt nicht gebrauchen ne oh 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 gott noch eine heuschrecke huh ein haus wow bissen bumm und dann gehts das ist wie so ein kleiner raketenwerfer eigentlich ne komm wow ich glaube wir haben die männer alle gerettet hier drüben ja ich würde das auch jetzt mal glauben munition hier drüben ja hören sie mich commander ich wiederhole hören sie mich ihr scheppert was ist ihr status katastrophal commander wann werden sie eintreffen halten sie durch wir sind unterwegs mhm ein datenflugschreiber bremsen online wir werden uns überleben na toll wixes wird dafür bezahlen militärprozess oder gleich aufknüpfen hm wie soll wixes damit klarkommen wenn wir ihn finden fragen wir wow eigentlich sind hast du ja gar nicht das problem wow 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 wieses im masswerk 1 wahrscheinlich noch husks genieß commander bitte kommen Na wunderbar Ich würde an meiner Stelle erstmal die Ja Die Feinde besiegen Okay, was machen wir dagegen? Hey Ich denke nicht, dass sie abhaut Ich denke, sie verschafft sich nur eine bessere Position Ach, warum? Wo ist sie denn? Ach, da hinten Oh Warum das bis da hinten? Ne, ne, ich täusche, ich täusche Wow Ich glaube, die Weaver sind echt gar nicht so ein Problem Wenn wir sie auf dem Boden besiegen Buch, sorry Okay, aber weiter Mal gucken, was es hier so gibt Irgendwelche Artefakte oder so Aha Beilen wir uns Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren Ich finde diese Politik zum Kotz Die Kroganer würden die Reaper doch mit Freuden von ihrem Planeten blasen Die Feindschaft zwischen... Okay, es geht los Wow Ich weiß nicht, was da ist, aber ich erschieße es mal Erstmal die Kleingegner ausschalten Damit wir den Großen von einer Richtung besiegen können So Na So, jetzt der Rohling Oder erstmal das dahinter So Jetzt ist er nämlich ganz allein Und jetzt Hat er nichts mehr Tja Sorry Na wunderbar Und noch mehr Ob wir vorrücken sollten Ich bin dafür So Wo, 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 wo Keine schwachen Gegner Sagen wir es nur so Oh, oh Ach echt Ich dachte, die haben so aufgehört Na wunderbar So Zwei Salven reichen Immer aus Jetzt lassen Eine Heuschrecke Wo ist die Heuschrecke Ich weiß nicht, wo sie ist Ähm Der Fighter hat unsere Linie Schließlich schon durchbrochen Weißt du Und dann Wow Das ist nicht die beste Waffe Auf die Entfernung In die weitere Wo Eieiei Hier geht's ab Wir feiern nicht die ganze Nacht Ähm Ähm Commander Shepard Meine Männer und ich stehen in ihrer Schuld Danke, dass Sie so viele gerettet haben Was ist hier geschehen? Hat versagt Halten Sie sich zurück, Soldat Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer Ich sagte Halten Sie sich zurück Hey, ich hab Ihnen allen gerade den Arsch gerettet Und jetzt beruhigt sich erstmal jeder Lieutenant, was geht dir vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen Das ist alles meine Schuld Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor Und meine Männer mussten dafür bezahlen Was haben Sie getan? Meinen Sie den Absturz? Ja genau Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper Einheiten unseren Kurs blockieren Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt Also wählte ich eine sichere Route, den Feind zu umgehen Wir flogen tief und durch diese Ruinen Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben Den viele meiner Männer verloren haben Es passiert, dass man schlechte Entscheidungen trifft Es braucht Mut, Fehler zuzugeben Aber man muss drüber wegkommen und weitermachen Ich weiß Aber es ist noch so frisch Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren Es wäre Selbstmord Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten Wir sollten sie entschärfen Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig Cerberus hat sie Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das Man kann kein schwereres Opfer verlangen Aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen Genau wie Sie Meine Männer sind fertig, Commander Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte Sie wollen es nicht Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen Und wie? Packen Sie sie an Ihrer Ehre Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was Sie heute hier durchgemacht haben Erinnern Sie Sie daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt Männer Ich weiß, was heute hier geschehen ist Aber wir müssen weitermachen Nein, müssen wir nicht Wir interessieren schon ein paar Kroganer-Leichen Es ist vorbei Wir sind Turianer Und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen Unser Opfer Bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod Für die gesamte Galaxie Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein Wir ziehen ab Kommander, kommen Sie mit uns Wir sind nur noch in der Rumpfeinheit Wir können jede Hilfe brauchen Senden Sie den Navi-Punkt Mal sehen, was geht Danke Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben Wirkt es, Sie haben jetzt eine zweite Chance Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein Verstanden, Kommander Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt Was zum Teufel ist da los, Kommander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet Mehr weiß ich nicht Ich hab das Gefühl, da stimmt was nicht Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht Wir wissen zu wenig Bis zur Heilung sind die kroganisch-tourianischen Beziehungen angespannt Kein Risiko Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung Ich weiß nur, dass Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen Informieren Sie mich, Hackett Ende Primarch Victus Beeindruckende Arbeit auf Tuchanka Ich bin dankbar, dass Sie Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen Unsere Freundschaft ist neu, Commander Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Ja, ich muss Ihnen trauen Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn Entscheidungen wie diese bedrücken mich Als ich General war, konnte ich Sie der Befehlskette beantworten Aber jetzt habe ich nur noch mich Verstehen Sie mich? Natürlich Und? Und Und das wär's Moment Eins noch, Commander Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben Shepard Tests verifiziert Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer Möglich Aha Sie haben mir nie gesagt, woher Sie das Gewebe nehmen wollen Ist es fertig? Nein Übertragungsvektor fehlt Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht Irgendwelche Ideen? Sie haben doch Ideen, Mordin Sie haben die Genophage schon einmal verändert Es muss einen Weg geben Möglichkeit besteht immer Aber zeitbegrenzt Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen Grundwasser? Zu langsam Freiwillige Impfung? Riskant Population zu verstreut für Luftübertragung Außer, Moment Natürlich Der Mantel Konstante Verteilung von Luftpartikeln Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tujanka gebaut Auch von Torianern benutzt Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet Und so die kroganischen Rebellionen beendet Sie hatten Glück, dass es funktioniert hat Eigentlich müsste ich sagen, das war clever Aber es war hinterlistig Manchmal verstehe ich, warum die kroganer wirklich jeden erschießen wollen Es waren verzweifelte Zeiten Ja, ja, aber jetzt nützlich Original Genophage stamm noch in Mantelanlage gelagert Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tujanka mit Heilmittel bedecken Ach, der Salarianer ist klüger als ich dachte Das könnte funktionieren Los, machen Sie jetzt alles bereit, Maudin Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar Ach, komm Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert Und wir können alle wieder auftauchen Nicht ganz, es gab kleinere Komplikationen Die gibt's immer Hackett hat mich über den Tegel informiert Klingt, als müssten Sie noch ein paar Knoten entwirren Kaylee Sanders Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nahe Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren Sie und ich standen uns mehr als nah Sie vermisst sie Ich sie auch Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern Sie sehen sie bald wieder Hoffentlich Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten Das gehört zum Job Dafür haben Sie mich angeheuert Eigentlich sollen Sie Reaper töten Hoffentlich lenkt die Politik Sie nicht zu sehr ab Ich komme schon klar damit Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartete Aber alle anderen Haben den Schock noch nicht überwunden Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus Und jetzt geht's von Loch zu Loch Nur um am Leben zu bleiben Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt Aber hauptsächlich in den Großstädten Was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt Glauben Sie, Sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt Und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene Aber es gibt genug Freiwillige Alle wissen, was auf dem Spiel steht Wir haben Sie nicht vergessen Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen Und wenn ich dabei draufgehe Der Tod hat Sie bisher nicht aufgehalten Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus Passen Sie auf sich auf, Shepard Sie auch, Sir Wir reden bald wieder Ende ist ein Ende Was ich mega nice sende So Nebenmissionen, wo du auf der Erde Einzelne Großstädte befreien müsstest Vancouver, London, Berlin New York Sydney Ne? Wenn die so eine kleine Mission einbauen würden Dann haben wir immer so kleine Weeper-Angriffe Und die musstest dann besiegen Und das wäre echt nice Würde ich echt feiern Würde ich hier sitzen und eine Party machen Aber erstmal Mache ich einen Cut Also bis zur nächsten Folge Und tschi Dann... Bis zum nächsten Mal